Hallo, ich stelle euch heute meine beste Freundin vor. Das ist Lilly. Lilly, sag mal Hallo. Sag mal Hallo. Tja? Das ist Lilly. Meine Prinzessin, fett, fett. Sie nicht goldig. Das ist einer von Lillys Lieblings-Chill-Plätzen. So sieht man dich gut, he? Muss ich immer ein bisschen angeben, weil meine Katze ziemlich cool ist.